Ruhm und Ehre für die eigene Familie erlangen. Das ist das Ziel in Roundhouse und Emperor S4 Games. Die wehrhaften Rundhäuser waren typisch für einige bergige Regionen im China des 17. Jahrhunderts und beherbergten ein ganzes Dorf. Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Familienoberhauptes und versucht durch Aktionen in den verschiedenen Räumen des Rundhauses Ressourcen zu sammeln und Aufträge zu erfüllen, um zu Ruhmispunkten zu kommen. Roundhouse ist ein komplexes Kennerspiel, das auch bei BoardGameGeek sehr gut bewertet ist.